So, und es geht weiter mit dem Mega Man. Und Hitman haben wir gesagt, wollen wir machen. Oder ich hab's gesagt, ihr nicht. Naja. Da würde ich es doch sehr sinnvoll finden, Bubble Man einzusetzen. Also, theoretisch so als Waffe. Wenn er nicht mit dem Mega Buster niederzustrecken ist. So, was macht Bubble denn so Schönes? Mhm. Okay. Das schickt Blasen. Äh, nicht Next, nein. Ich seh schon, irgendwann wähl ich aus, als in den Energy. Mhm. Ja, euch hab ich lieb. Euch hab ich schon in... Wow, ich hab euch wirklich lieb. Oh Gott, das war knapp. Ist das da unten Instant Death? Oder kann ich es überleben, wenn ich da reinfalle? Wow. Du machst aber viel weg. Wow, Junge, lass das mal. Würdest du das bitte... Wow. Hier ist ein bisschen viel los, hm? Wie sie mir fortnimmt, diese riesengroßen Kugeln geben. Ich nehm sie gerne, gar keine Frage, aber... Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf da bestimmt nicht reinfallen. Oh Gott, ich hab Angst. Mama. Oh, das war blöd. Weil jetzt kommt der da raus. Jetzt schnell. Oh Gott. Oh, du meine Güte. Und runter. Und rüber. Und... Ups. Puh. Hopp. Okay, krieg ich euch irgendwie kaputt? Macht mir nur Ärger. Hm. Ja, so geht's auch. Dumm, 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 dumm. Nein. Oh Gott. Nicht das scheiß Zeug schon wieder. Okay, also wohin? Danach, darüber. Und jetzt komm ich schon hier rüber. Okay. Oh je. Puh, okay. Aber da kommt noch mehr. Das ist ja dann klar. Oh, fantastisch. Das ist doof. Ich mag diese Welt nicht mit diesen... Puh. Puh. Oh. Ja, genau die meine ich. Und dann auch noch mit Gegnern. Ja. Na, supi. Oh Gott. Zum Klick in die richtige Richtung gefallen. Okay, das krieg ich bestimmt mit Crash auf, oder? Danke. Was doof ist. Das will ich haben. Danke. Da machen wir wieder Crash durch. Zack. Und hier auch. Schön. Hui. So. Dumm, dumm. Hm. Wohin geht's weiter? Hallo? Hallo? Muss ich das machen? Was? Was ist das denn? Da werde ich jetzt gnadenlos fallen. Sehe ich schon. Und das wird wahrscheinlich, wenn ich mir dann einen Vorspul stelle, weil ich das sicherlich versau... Oh. Versauen werde. Oder zu lang brauche, oder so. Nein. Kann ich nicht von hier drüben irgendwie da hochhüpfen? Ich meine, das ist doch... Kann ich. Ich kann das. Sehr schön. Okay. Kurz nachdem der kommt. Wie habe ich das gerade gemacht, dass ich da hochgekommen bin? War das ein Zufall? Das war vielleicht ein Zufall. Dumm. Einmal probiere ich es noch. Nein, so nicht. Muss man vielleicht im exakt richtigen Moment erwischen. Aber ich stand gerade oben... Ja, ich stand gerade oben drauf. Genau. Okay, dann mache ich das so. Und jetzt? Wohin geht's dann weiter? Darüber, oder wie? Hm. Probieren wir es mal aus. Nein. Sorry, dass das gerade ein bisschen dauert. Nein. Theoretisch müsste ich auch von dem hier schon drüber kommen. Ja, genau so. Und wo geht es jetzt weiter? Ey. Was ist das denn? Da kommt einfach in der Mitte einer. Bö? Hat sie... Was? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat sich die Reinfolge hier geändert. Nein. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Oh Gott. Wohin? 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 Gott. Macht mir Panik. Das Leben kann mich mal. Scheiße. Scheiße. Was? Nein! Da wäre es gewesen. Nicht schon wieder den ganzen Weg. Oh, Leute. Mist. Das muss vorgespielt werden. Kann ich nicht ändern. Nein. Mist. Nein. 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 Wie ich es hasse. Wie ich diese Stelle hasse. Oh je. Nein. Oh je. Das ist doch zum kotzen. Wunderschön. Wunderschöne. Im. Savestate Laden. Ich will mein Leben wiederhaben. Wir machen trotzdem Hitman. Mann. Das wird ja mehr Vorspulerei als gespieltes Zeugs. Mist. Großer Mist. Ja, ja, ja. 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 freu mich. Tschüss!